Machen wir jetzt mal einen down. Hoffen wir mal, dass ich downed kriege. Dann machen wir... ...das... ...sensen... Machen wir den... ...und starten ein bisschen Anwürfe. Ja. Okay, down. Komme ich jetzt die tierung noch zusätzlich? Ne. Naja, man hat's immerhin versucht. Da ist doch nö. Da ist die Farge jetzt. Vor der oben kann man auf jeden Fall nicht rein. Hab ich ja schon geguckt, oder? Ne. Feuerschimier... Okay, kriegen wir hin. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Dann nehmen wir... Einmal wumm. Und einmal schwupp. Reiselt mich der mal ein. Badusch. Okay, wir sind davon auch betroffen. Hat gereicht. Äh, und... ...zu dem einmal bitte. Und eine Einung da hin. Eine Einung da. Eine kleine da. Und eine kleine hier. Eicht vollkommen. Und wieder zurück, 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 zurück. Ich denke, dieses Vieh gefunden habe. Oh, zwei Mark Saurier. Warte, ich probier's jetzt aus. So, mit den, wie ich... ...in dieser Kombo, die ich immer einsetze, dafür... Ne, das ist knack. Ich will da rum. Und den mit... Schwupp. Wird getötet. Ich glaub's nicht. Und der kriegt jetzt alle Kombos auf den Sack. Der kriegt alles aus sich. Ah, nice. Hier muss ich lang. Hey, bin ich hergekommen. Ja. Standrangriffsbereichen jetzt. Oh, das ist gemein. Komm mal ab. Hier, bitte, bitte, bitte. Das ging. Ah, nee. Oh, jetzt hier noch. Komplette Vollheilung. und sich tausend mal eher jetzt gehe ich da mal lang da muss ich danke weil da hinten ist ja die extra nicht angegangen Motten, 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 das, das, das und ich probiere mal so ein Saus Schadensantöcke immerhin auch drei gut weg vielleicht 28, zwei Level noch bei denen bei den anderen dauert es etwas länger aber das soll ja nicht so schlimm sein klar alle drauf eine Truhe, okay die können wir aber offen eine Drachenschuppe da kann man irgendwas mitmachen äh der Glücksfeier eines Kriegers hat gefertigt aus Drachenschuppe ja, okay oh nö weil da runter geht's ja nicht normalerweise kann er ja nicht entfliehen, weil da eigentlich alles zu war komisch jetzt sind sie mal ditt 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 einmal Wumm und einmal ein Saus sind wir auch gut gefahren oh das Kabel nervt ein bisschen hier ey drei tot der hätte auch wieder normaler Angriff gereicht als Stoßwirbel einfach komm und lässt fallen und lässt fallen Klumpen Lapppulver also boah kann man zweimal Käse wieder erstellen das ist ja nicht wahr ja mhm Kürbis geht's auch nicht weiter vielleicht wissen die doch noch was im Haus und da kann manchen Gott kann so ein bisschen Geld von mir nehmen hab dich doch nicht so wir haben wegen der eigenen Hecker und die nehme ich äh muss ich mir gleich mal mit den Leuten unterhalten hier aber ich glaube nicht dass etwas damit gewonnen oder nochmal nochmal hm 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 ich doch reactive yo hm das ist jetzt die Frage wie fangen wir das Ding Ich glaube, das könnte jetzt die Lösung gewesen sein. Ich hoffe. Dann machen wir so. Zack, wum. Sau ist im Haus. Sollte klappen. Und tschüss, die Herrenschaften. Also wenn ich jetzt hier von hier hingehe. Komisch. Heiliges Silberflorett. Was hat das jetzt an? Natürlich viel Angriff, ne? Ist schon enorm, muss ich sagen. Hm. Finde ich komisch mit dem Viech jetzt. Na ja, Pause ist eh gleich, müssen wir gleich zurückreisen in die Stadt. Und vielleicht wird die uns irgendwie eine Auskunft geben, wo wir es auch noch machen können. Du, 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 du. Vielleicht muss ich noch speichern. Deswegen gleich in eine schöne große Stadt hin. Wo Platz dafür ist. Na, jetzt setzt sich wum auch noch so spät ein. Verstehe mal, steht die Reihenfolge nicht. Ah, ja. Ich weiß. Wenn der will so viel Schaden haben, ich habe dafür keine Dinger. Ich habe dafür den Bogen. Und jetzt nochmal umzuskillen. Nein, das mache ich nicht. Magie teleportieren. Und zwar. Argonia. Eventuell nochmal zu hoch gehen, hier rechts lang. Und mal mit den Leuten da reden. Weil das sind ja hier so die königlichen Seiten, sag ich mal. Die vielleicht was wissen. Das Vorline, äh, da geht's raus. Naja. Sie wissen auch nix. Finde ich komisch. Oh, ich bin hier nicht reingegangen. Ich bin so ein Trottel. Gehen wir jetzt mal rein. Ah, können wir nicht. Hm, verrückt. Aber wir speichern hier und dann gehen wir halt nochmal zu einem Casino-Stadt. Die wir virtuell vielleicht uns was hinaufweißen. Blablabla. Was haben wir noch hier? Gut. Dann müssen wir mit Lorenzo quatschen. Und in die Casino-Stadt dann müssen wir noch gucken. Wir machen erstmal ne Beichte. Damit war... Ah ja, ja, ja. Machen können. Jo, auf eins. Hm, gehen wir mal auf zwei doch. Haben wir zwei Level geschafft? Geil. Geil, 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 geil. Hm, nein. Und da würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bald. Dragon Quest 8. Die Reise. Ich weiß es nicht. Mit dem verschwundenen König. Verwunscher König. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Deswegen lasst es ablaufen hier noch. Und bis dahin. Tschö, tschö. Wie? Hier. Wir haben die Böden.